Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr ein Thumbnail gesehen oder den Titel gelesen, das sage ich öfters, eigentlich immer auch. Heute werden wir euch zeigen, wie man auf jedes Auto 10 PS drauf bekommt. Arif ist auf jeden Fall neben mir. Hallo. Wir werden heute beim Peugeot machen, bei unserem Ferrari Lamborghini Huracan. Peugeot 207, nein, das ist kein 207, das ist Peugeot 107. Ihr kennt den, also die alten kennen das, auf jeden Fall. Kennen das, kennen das Auto? Das ist meine Peugeot 107, Np, naja, hier haben wir unsere 20 Zoll Felgen. Ja, das ist ein bisschen dreckig, werden wir auch mal waschen. Jetzt, das ist meine Peugeot 207, äh, 107, das ist meine Peugeot 107. Auf jeden Fall, wir werden jetzt das ändern, ich weiß nicht, ob es viel Unterschied machen wird, aber auf jeden Fall, wir bekommen 10 PS drauf, das ist schon mal klar, oder? Auf jedes Auto, oder? Ja. Ja. Okay, let's go. Hier haben wir unser Sportausdruck natürlich. Es wird auf jeden Fall viel besser aussehen. Ihr könnt das auf jeden Fall bei euch auch versuchen, das wird bei jedem Auto klappen. Einfach 10 PS drauf, dann könnt ihr halt 10 kmh schneller fahren. Wir gehen jetzt Bauhaus und holen die Kennzeichnungen ab. Ich habe hier dann auch raus. Wie ist das? Nee, ich werde das. Ja, wir sehen uns. Hier kommt aus. Hier ist es einfach. Wo ist das? Das ist es einfach so. Wir sehen uns. Ja, nein. Ja, nein. In der Fall, wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich bin bei uns. Wir sehen uns. Aber wir sehen uns. Wenn du dich bezeichnest. Auf jeden Fall. Wenn du dich bezeichnest. Selamün aleyküm. Wie ihr sehen könnt, holen wir die letzte. 6 Euro. 10 PS Arif. Ja Freunde, wir haben jetzt... Wie viel Uhr haben wir Arif? Keine Ahnung. Ich glaube wir haben jetzt 15.30 Uhr. Wir haben jetzt unser Kennzeichenhalter abgeholt. 17.45 Uhr. 17.45 Uhr auf jeden Fall. Wir haben unser Kennzeichenhalter abgeholt. Jetzt werden wir drauf machen. Und das machen wir mit geiler Effekt, oder Arif? Ja. Passt du nicht mit der Hände? Ja, ja, ja. Aber machst du Zeitraffer wahrscheinlich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Freunde, jetzt hat unser Auto 10 PS mehr, also wir hatten 65 PS, jetzt haben wir 75, ganz easy clap, in wenigen Minuten, also in höchstens 5 Minuten, es ist schon dunkel geworden, aber ja, wir hatten ein paar Probleme, auf jeden Fall, jetzt haben wir drauf, auf jeden Fall, wir haben 10% mehr, was haben wir 10% mehr? Wir haben 10% mehr Leistung, wir haben, wir haben auf jeden Fall jetzt 10% mehr Leistung, gib ihm, Peugeot 107, also meine Empfehlung, statt Chip Tuning, machen sie das hier einfach, einfach krasses Ding, sieht auf jeden Fall viel besser aus, als davor, das war es auch mit dem Video, ich küsse eure Augen, ciao! Musique 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 Musique